Das hier treibt mich auf! Es ist Geisterstunde, ich geh' zur Kunde, ich bin im alten Haus und ich komm' nicht mehr raus. Da ist ne Stiege, wo ich jetzt liege, da kommt ein Geist, wie der wohl heißt. Es ist über der Geist, der dich niemals weißt, wenn er will, ist er unsichtbar, das find' ich wunderbar. Es ist über der Geist, der ist weit gereist, von eng am Dach hier, wo man sein muss, trinkt er auch mal gerne ein kleines Bier. Mein Freund ist Nonobi, ich fahr' nicht ganz schön, ich bin gar nicht dumm, eine Biene, die mag zum 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 zum. Obert der Geist wohnt in einer Trühe und ganz nebenbei, er hat keine Schuhe, hätte gern eine Freundin, eine Arbeitgebervertreterin. Doch diese Frau ist sehr schlau, sie will ihn nicht, sein Herz das bricht. Ich mag sehr gern Jazz und hab' oft gestresst, ich spiel' auch gern Duber, das find' ich super. Ich fahr' sehr gern Radl, schau'n, wo sie ganz gut startet, bin auch ziemlich fesch, da ich find das sehr fresh. Ich flieg' auch gern zum Mond, ob sich das wohl und diese Seine hat keinen Sinn, wenn ich fliegt das daran, dass ich eingeschlafen bin. Obert der Geist nahe ist, und wir können im Leben stehen, die Liebe seines Lebens, die Erreichter nur vergeben. Und das ist ihm egal, denn es gibt mir das Mal, dann machen wir die Kopf mit ein, und er ist ab mir rein, denn für ein Jahr kommt sie mal. So, dann ist er weggezahlt, den Lied gibt's digital, und dieses Lied wird abnormal. Hey, du bist immer sexuell dabei, schleppst ein Lied über mich, und außer zwei Minuten ist es bei, ein Lied über mich. Du wirst viel länger gehen, denn ich kann... gar nix. Trotzdem bin ich besser, aber 1000 Dollar ist besser, du bist Ali, der Vater der Predigt. Du kannst da gar nix, hast ja viele Dicks, ich hab dich zerstört, und ich bin empört. ARD Text im Auftrag von Funk